So Leute, wie versprochen, der ultimative PvP-Gearing-Guide für World of Warcraft The War Within. Und wir hangeln uns hier so ein bisschen jetzt mal einmal durchs Video. Ich habe mir ein paar Notizen gemacht und zwar, was für Möglichkeiten ihr habt, um möglichst schnell und in der ersten Woche auf möglichst viele und natürlich auch gute, also halt durchdachte Set bzw. Epic PvP-Items zu kommen. Und zwar, ich bin jetzt durch mit dem Gearing auf meinem Hunter. Ich habe die ganzen Steps durchgemacht. Ich bin jetzt bei 8 Items. Davon sind einige auf 6,39, einige auf 6,36. Macht aber nichts, weil wir in der Season noch genug Zeit haben, um das alles auszubessern. Ich gehe hier einmal mal kurz meine Items durch. Ich habe mir einen Kopf gekauft, habe den umgewandelt zu einem Setteil, habe mir einen Hals craften lassen, habe mir dann für Conquest-Punkte die Schultern gekauft, am Katalysator umschmieden lassen zu einem anderen Setteil. Dann haben wir hier einen Cloak, die Brust auch für Conquest gekauft, den Gürtel und zwei Ringe. Enchanted, Sockel fehlen noch, Brust ist auch noch nicht enchanted. Wer momentan ins Auktionshaus guckt, der wird wissen, so Verzauberungen momentan sind gottlos teuer. Aber wir gehen das Ganze jetzt hier Step für Step durch. Und zwar, um einmal grundlegend zu sagen, dieser Guide basiert darauf, dass ihr schon standardmäßig grünes PvP-Gear vom Ehrehändler habt. Das ist erstmal die Basis, die wir brauchen. Und jetzt geht's los. Es gibt drei Möglichkeiten, wie ihr momentan an hochrangige, beziehungsweise High-End-Pvp-Gear-Ausrüstung kommt. Die erste davon ist, natürlich, ihr kauft euch einfach die Items direkt beim Händler. Wo ihr das machen könnt, findet ihr hier auf der Karte. Und zwar hier in diesem kleinen Kreis, in diesem Zirkel, gibt es hier eine Unterkunft. Und hier stehen mehrere Händler zur Auswahl. Die gehen wir jetzt alle nach und nach durch. Und ich erzähle euch auch ein bisschen was zu den Quests. Dieser kleine Typ hier, Lalandi, der gibt euch die Conquest-Ausrüstung. Hier seht ihr also das ganz normale Gear, was ihr so kaufen könnt, mit einer Änderung, die es bisher noch nicht gab. Und zwar die Waffen. Die könnt ihr noch nicht für Conquest-Punkte auf dem direkten Wege kaufen. Weil Lalandi gibt euch am Anfang eine Quest. Und diese Quest besagt, Waffen der Eroberung bedeutet, was ihr dort machen müsst, ist 2500 erhaltene Eroberung in einer aktuellen Saison erreichen. Das heißt, dadurch, dass wir bei 1600 gecappt sind, wird es diese Woche nichts. Angekündigt war, dass diese Quest ungefähr drei Wochen dauert, bis ihr sie abschließen könnt. Ihr erhaltet dann als Belohnung eine Waffe. Erst, wenn ihr diese Quest abgeschlossen habt, ist es euch möglich, für Conquest-Punkte bei diesem Händler euch Waffen zu kaufen. Es gibt aber auch noch eine zweite Möglichkeit. Und dann kommen wir auch zum nächsten Punkt, wie ihr euer Gear bekommen könnt. Und zwar durch Crafted PvP-Gear. Und für Crafted PvP-Gear gibt es jetzt nun folgende Items, die ihr dafür benötigt. Dazu gehen wir hier einmal zu diesem Händler. Der hat hier alle im Petto. Da gibt es hier einmal die Grünen. Die machen eigentlich überhaupt keinen Sinn. Die kriegt ihr auch aus den PvP-Kisten. Wenn ihr irgendwie rated PvP oder ungewertetes PvP gemacht habt, dann kriegt ihr normalerweise Kisten in eure Tasche. Ich habe jetzt gerade keine zum Öffnen da, aber da droppen hier auch diese Grünen, sind aber teuer und werten euer PvP-Gear nur auf 613 auf. Dadurch, dass ihr euch für Ehre hier ganz normales 626er-Gear kaufen könnt, macht ihr also keinen Sinn. Das heißt, der logische nächste Step wäre theoretisch 626er-PvP-Gear. Dann wäre das eben würdig mit dem, was ihr beim Händler kaufen könnt. Das ist jetzt aber alles erstmal uninteressant. Das ist nur ein kleiner Side-Fact. Dieses Item gibt es aber auch auf Episch. Und auf Episch bedeutet, ihr könnt euch Gear-Craften lassen auf 639. Das ist die maximale PvP-Stufe in der Season 1 von The War Within. Das Ganze kostet hier 175 Conquest-Punkte. Heißt eigentlich, wenn ihr 10 Stück davon habt, dann seid ihr ungefähr bei dem Äquivalent zur gekauften PvP-Waffe 1750 Stück. Und so viel kostet das auch, eine Zweihandwaffe herstellen zu lassen. Natürlich so Dolche, Streitkolben oder Schwerter, die sind dann bei 5 Tokens. Und somit habt ihr theoretisch die Möglichkeit, euch auch jetzt schon eine Waffe bauen zu lassen von einem Spieler über einen öffentlichen Auftrag, der den Beruf auf der jeweiligen Stufe hat und das Rezept vorhanden hat. Des Weiteren, und das wird jetzt meine Beschäftigung sein für die nächsten Wochen, geht es darum, Ehre zu farben und zwar so viel, wie es geht. Weil dieser Stein hier, dieser boshafte Blutstein, den werdet ihr später brauchen, um euch Items wie zum Beispiel hier diese Heizkette oder beispielsweise diese Ringe, genauso wie die Waffen auch, craften zu lassen. Plus, den Stein brauchen wir auch, um uns hier eine Sockelfassung zu holen. Dadurch, dass es die Weekly Vault nicht mehr gibt, gibt es halt so keine Möglichkeit mehr, an Sockelsteine ranzukommen, beziehungsweise Sockelfassungen. Das heißt, ihr kauft euch jetzt drei von diesen Dingern, kosten dann 7.500 Ehre, könnt dann dieses Item hier kaufen, kostet drei Splitter und nochmal 5.000 Ehre, das heißt 12.500 Ehre für einen Sockel. Ich habe mir hier schon mal einen raufgepackt, der hat auch gleich den PvP-Edelstein drin, dazu kommen wir aber auch später. Es gibt noch eine weitere Möglichkeit, Sockel zu erhalten in diesem Spiel, und zwar ist es momentan so, dass überall hier auf dem neuen Kontinent alle sechs Stunden in einer der vier Zonen eine Kiste spawnen kann und die ersten fünf Leute, die diese Kiste looten, erhalten einen Sockel, jedes Mal. Alternativ, wenn ihr nicht genug Ehre habt, aber geisteskrankt viel Gold auf eurem Account, dann könnt ihr euch diese boshaften Blutsteine auch im Auktionshaus kaufen. Die liegen momentan auf Blackboard bei 13.000 Gold. Da gibt es auch nicht irgendwie was mit Silber, Bronze oder Goldringe, es gibt einfach nur diesen boshaften Blutstein und das wäre die andere Alternative. So, kommen wir zur Gearing-Methode Nummer 2. Neben dem gekauften Conquest-Gear habt ihr die Möglichkeit, auch diese Season, genauso wie wir das auch aus Dragonflight kennen, Bloody Tokens zu farmen. Die erhaltet ihr entweder durch eine wöchentliche PvP-Quest oder durch WorldQuest. Diese Bloody Tokens sind aber jetzt mittlerweile auch weekly capped. Das heißt, ihr könnt in der ersten Woche 1350 von diesen Bloody Tokens farmen. Es gibt aber keine Trophäen mehr. Früher war das so, dass man so viel blutige Abzeichen farmen konnte, wie es ging, wie es halt die WorldQuest zugelassen haben. Und ihr konntet euch davon zwar auch Gear kaufen, allerdings war das niedriger im maximalen Item-Level. Und das Gear konntet ihr dann mit den Trophäen, und die waren weekly gecapped, dann upgraden. Die Trophäen fallen also in The War Within weg. Und dieser Händler hier, Gilderan, der verkauft euch hier Items mit einem Item-Level von 636, das heißt drei Gearscore unter dem maximalen PvP-Wert für Bloody Tokens. Der Preis der Bloody Tokens ist identisch zu den Conquest-Punkten und den Ehre-Items. Und jetzt kommen wir zur Gearing-Methode Nummer 3, und zwar Crafted Items. So, wenn ihr jetzt bei dem Handwerksauftragshändler seid, könnt ihr hier jetzt zum Beispiel unter Waffen gehen oder Rüstung. Wählt dann zu eurer Klasse passenden Rüstung aus. Und wir nehmen jetzt beispielsweise mal den Kopf. Und dann gibt es hier diese grünen Items. Wichtig, da müsst ihr aufpassen, für PvP nehmt ihr bitte nur die Algari-Wettkämpfer, weil nur die haben die Wappenbücher, die wir gerade gesehen haben, diese grünen, blauen und epischen, als Zusatzmaterial drin. Und auch nur mit denen könnt ihr auf die maximale PvP-Stufe von 639 upgraden. Klicke ich jetzt auf den Kopf zum Beispiel, dann sehen wir hier schon Wappenbücher. Hier seht ihr nochmal die Auswahl. Ihr könnt hier epische einfügen, blaue, grüne, das ist ganz egal, dann kostet das ein bisschen Materialien. Dann habt ihr die Möglichkeit, eure Werte euch auszusuchen, die dieses Item dann haben soll. Und zusätzlich noch ein Embellishment. Diese Embellishments kennt man auch schon aus Dragonflight. Das war zum Beispiel Vorahnung für Caster oder auf Englisch gesagt Precog. Das gibt es aber nicht mehr als Embellishment. Das ist jetzt alles über Sockelsteine geregelt. Dafür sind die Embellishments hier ein bisschen abgeschwächt. Tatsächlich, wir können das aber ganz, das Ganze nochmal sehen, weil ich habe mir nämlich drei Items craften lassen. Zum einen einmal die Halskette, 639 mit Haste Verse. Und die beiden Ringe. Das ist nicht so wie bei den anderen Ringen. Dieser Ring, das ist derselbe Ring, aber nicht einzigartig anlegbar. Das heißt, ihr könnt den zweimal craften, theoretisch, und beide anlegen, so wie ich das jetzt hier auch habe. Ich habe mir beide mit Embellishment craften lassen. Und das Embellishment besagt, eure schadenverursachenden Zauber- und Fähigkeiten haben eine Chance, eurem Ziel, 92.300 Schaden zuzufügen. Die dafür verwendete Magieart basiert auf den von euch gesockelten Edelscheinen von Kassel-Gar. Das Ganze skaliert natürlich auch mit eurem Item-Level. Das heißt, da wir jetzt nicht im PvP-Fight sind, sind es nur 92.000. Ich glaube, wenn ich im PvP-Kampf bin, dann sind wir ungefähr bei 102.000. Ob das jetzt am Ende noch genervt wird, weil die Embellishments sind ja eigentlich vorrangig für PvE und wurden auch in der Vergangenheit schon genervt. Ich werde das auf jeden Fall nochmal in der Arena testen und dann mal einen Damage-Breakdown machen, wie viel Schaden jetzt nun beide Embellishments im Laufe eines Arena-Games gemacht haben. So, die Ringe. Den einen habe ich mir mit Tempo-Vierseitigkeit, den anderen mit Tempo-Meisterschaft gecraftet. Bei Survival Hunter ist es momentan so, dass ihr ungefähr versuchen sollt, dass ihr bei 50-50 Aufteilung Tempo-Meisterschaft kriegt, weil die neue Meisterschaft vom Survival Hunter erhöht immens euren Schaden. Und Tempo ist eigentlich der Enabler für Survival. Das heißt, euer Global Cooldown wird geringer, ihr könnt die Fähigkeiten schneller auslösen und so weiter. Das Ganze funktioniert aber auch mit Waffen. Kostet dann halt mal mehr, mal weniger von diesem Wappen. Aber ihr könnt euch jetzt, wenn ihr zum Beispiel Schurke spielt, könnt ihr euch hier den Dolch aussuchen. Braucht dafür fünf von diesen Rezepten. Sind umgerechnet 875 Conquest-Punkte. Und könnt euch dann halt trotz des Caps über die Quest dennoch jetzt eine Waffe craften. Ob ich das empfehlen kann? Ist von Klasse zu Klasse unterschiedlich. Klar, die Waffe hat mit die meisten und besten Stats für euren Charakter. Und wer die früh hat, der hat natürlich einen kleinen Vorteil. Aber in drei Wochen haben alle eine Waffe. Das heißt, wer jetzt nicht unbedingt min-maxen will, der sollte darauf erstmal verzichten. So, ich habe jetzt einmal umgeloggt auf meinen Rogue, weil der die ganzen Quests noch nicht fertig gemacht hat. Damit ich euch das einmal zeigen kann. Hier vorne seht ihr Grobius. Der hat eigentlich alle Weekly PvP-Quests für euch parat, die ihr so kriegen könnt. Diese Quest, beziehungsweise der Quest Progress, den ihr dort machen müsst, der müsste euch eigentlich schon bekannt vorkommen aus Dragonflight. Und zwar gilt es hier darum, Funken des Krieges in der Insel von Dorne zu sammeln. Und die bekommt ihr auf mehrere unterschiedliche Möglichkeiten. Zum einen könnt ihr natürlich hier oben in die PvP-Zone fliegen und dort 100 Gegner töten. Dafür sind auch immer genug Gruppen im Tool eigentlich da, damit ihr das mit denen zusammen farmen könnt. Es gibt aber auch noch andere Mittel und Wege, um diese Quest vollzukriegen. Die andere Möglichkeit, hier die Funken des Krieges auch solo ganz easy und locker voll zu kriegen, sind die bekannten Wachsklumpen, die ihr hier in diesen Haufen aufgefällte Erde bekommt. Das kennt ihr wahrscheinlich aus meinem Level-Guide, den ich gemacht habe. Das ist momentan so die schnellste Methode, um solo und entspannt von 70 auf 80 zu leveln und dabei noch ein bisschen Gold zu verdienen. Und was passiert? Wenn ihr einen so einen Klumpen aufmacht, dann kommt immer so ein kleines Mini-Event. Da müsst ihr dann vielleicht eine Spinne töten oder irgendwie von Kugeln ausweichen. Und wenn ihr die dann lootet, dann bekommt ihr pro Haufen, kriegt ihr fünf von diesen Funken des Krieges. Demnach geht das richtig schnell. Andere Alternative, ihr könnt World-Quests machen, die müssten euch auch Punkte geben, genauso wie Rares töten. So, wenn ihr die Quest dann letztendlich fertig habt und abgebt, dann bekommt ihr hier von Grobius schon mal tausend blutige Abzeichen, womit ihr das Cap eigentlich schon fast voll habt. Kriegt auch noch ein bisschen Eroberungspunkte, ein bisschen Ehre. Und jetzt momentan ist es so, dass unten in den schallenden Tiefen gibt es eine World-Quest. Da müsst ihr halt entweder so ein paar Maulwürfe töten. Viele kennen die Quest auch aus Dragonflight. Da liefen so Enten rum. Die musstet ihr töten und dann könntet ihr auf den Reiten. So ähnlich funktioniert die World-Quest auch. Oder innerhalb der Zone tötet ihr gegnerische Spielercharaktere. Ist ganz nice, weil das so ein bisschen bergig ist. Da könnt ihr die auch mit so einem Maulwurf dann runter knocken. Und wenn die dann sterben, kriegt ihr dann die Punkte. Geht relativ fix. Kann man in fünf Minuten fertig machen. Kriegt ihr 500 blutige Abzeichen. Ist ein bisschen drüber über das Cap. Aber da werden bestimmt noch weitere Quests folgen. Und diese 1350 Bloody Tokens, die ihr dann am Ende haben werdet, könnt ihr natürlich dann hier bei Gilderan eintauschen. So, ich habe wieder umgeloggt auf meinen Hunter, weil der hat das nämlich schon alles erledigt. Und ich habe mir von diesem Gilderan folgende Items gekauft. Und zwar einmal den Rücken. Aufpassen, da gibt es zwei verschiedene Rücken, die Meisterschaft, Vierseitigkeit haben. Da gibt es zum einen den hier unten. Der hat ein bisschen mehr Meisterschaft als Vierseitigkeit. Und den hier oben, der hat ein bisschen mehr Vierseitigkeit als Meisterschaft. Wir wollen aber so viel wie möglich Mastery für unsere Klasse hier kriegen. Deswegen habe ich den genommen. Den gibt es natürlich auch mit Cryptverse und auch mit Hasteverse. Aber nur für Masteryverse gibt es hier diese zwei Cloaks. Da müsst ihr so ein bisschen abwägen, was für eure Klasse denn am besten ist. Brauche ich gerade ein bisschen mehr Vierseitigkeit? Brauche ich ein bisschen mehr Mastery? Und wie deckt sich das mit den anderen Items, die ich mir kaufen kann? Dann kommen wir jetzt zu den nächsten drei Items, die ich mir habe craften lassen. Das heißt, ich habe hier Nutzen gezogen aus allen drei Möglichkeiten, die es gibt, um halt auf acht epische PvP-Items zu kommen. Und zwar das Crafting. Haben wir ja eben schon im Vorfeld einmal drüber gesprochen. Ich habe mir halt die Ringe craften lassen mit dem Embellishment drauf plus dazu die Heizkette. Das Ganze hat mich neben den Materialien neun von diesen Splittern gekostet. Aber ich habe dafür keinen Conquest bezahlt, sondern wenn ihr Rated PvP macht, dabei ist es egal, ob ihr Einzel spielt, Blitz, Tooth, Threes oder RBG, dann bekommt ihr, bei mir war es nach dem ersten Blitz, was ich gewonnen hatte, bekommt ihr eine Quest. Die könnt ihr hier drin auch abgeben und ihr bekommt dann neun und ihr bekommt dann neun von diesen Wappenbüchern. Für die 525 Items braucht ihr nur drei. Deswegen konnte ich mir drei Items craften. Die sind auch best in Slot. Die werde ich bis Ende der Season auch so behalten. Dementsprechend habe ich mir auch noch einen Sockel gekauft bzw. eine Sockelfassung draufgepackt und mir einen Sockelstein dazu gekauft. Die gibt es ganz normal im Auktionshaus zu kaufen. Im Auktionshaus nun angekommen, könnt ihr auf Edelsteine klicken. Ihr wählt hier am besten nichts aus. Klickt hier unter Filter auf nur aktuelle Erweiterung und auf Suchen. Dann zeigt ihr euch alle Edelsteine an, die es in dieser Expansion für euch zu kaufen gibt. Das ist ein bisschen entspannter, weil wir haben hier zwar diese kategorisierten Edelsteine, aber bei Dragonflight war das so, dass alle Edelsteine unter Sonstiges gefallen sind. So, ich mache hier jetzt nochmal den Filter auf Episch, weil das ist nämlich das, was wir wollen. Und da gibt es jetzt eine Liste mit Edelsteinen. Die Edelsteine, die eine Qualitätsstufe haben, die interessieren euch in erster Linie jetzt erstmal nicht, sondern es gibt drei Edelsteine, die keine Qualitätsstufe haben. Das heißt, ihr müsst euch da keine Gedanken machen, ob wenn ihr die Materialien kauft, wenn ihr euch das herstellen lassen wollt, dass das eventuell nicht auf der maximalen Stufe ist oder so, aber am einfachsten ist, ihr kauft das sowieso aus dem Auktionshaus raus. Dort gibt es dann einmal den robusten Blutstein, da steht auch PvP drunter, 181 Primärwert und 5% Schadensverringerung, wenn ihr von Kontrollverlusteffekten betroffen seid. Den habe ich beispielsweise bei mir drin. Dann gibt es noch den kognitiven Blutstein, 181 Primärwert und gescheiterte Unterbrechungsversuche eurer Gegner gewähren euch Voraussicht. Das ist das Precog Embellishment. Diesmal kauft ihr einfach nur den Edelstein, haut den in einen von euren Sockeln, je nachdem, wo ihr den drauf habt und dann seid ihr automatisch mit Precog ausgestattet. Ist natürlich für Caster sehr empfehlenswert und ich finde, das ist sehr schön und sehr einfach gelöst und so wollen wir das auch. Dann gibt es noch den dritten Stein, 181 Primärwert und wenn ihr verlangsamt werdet, wird der Schaden eures nächsten Angriffes pro Stapel um 25.577 erhöht. Ich habe es jetzt noch nicht getestet, wie viel das jetzt am Ende ausmacht. Für mich kam jetzt erstmal nur der robuste Blutstein in Frage. So, kommen wir jetzt zur nächsten Methode und zwar und zwar ist es ja möglich, gekauftes Conquest Gear, was ihr vom Händler bekommt, um zu wandeln in Set-Items. Um zu gucken, welche Werte eures Set-Items haben, das ist natürlich vorgeschrieben, die Werte könnt ihr nicht beeinflussen. Könnt ihr hier unten auf den Abenteurerführer klicken, klickt auf Sets und dann müsst ihr euch automatisch für eure Klasse gleich die Set-Pieces anzeigen. Da müsst ihr euch natürlich dann damit auseinandersetzen, was ist für eure Klasse sinnvoll, welche Items braucht ihr, welche wollt ihr zum Set umwandeln. Es macht in den meisten Fällen eigentlich nicht so viel Sinn, fünf Set-Teile zu haben, weil ihr den Set-Bonus ja mit vier bekommt. Das heißt, davon wären natürlich vier, denn am sinnvollsten auf Survival Hunter ist es Kopf, sind es die Schultern, Brust und die Hände. Jetziger Stand kann sein, dass sich das im Laufe der Zeit noch ändert, aber das ist jetzt momentan der aktuelle Way to go. Was ihr aber auf jeden Fall haben wollt, sind Kopf und Schultern. Was ich also gemacht habe, ist, ich habe mir für 700 Conquest-Punkte die Schultern gekauft, bin hier zu diesem kleinen Gnom gelaufen, der hat eine Quest, die könnt ihr annehmen, könnt ihr automatisch abgeben und schaltet somit den Katalysator frei und erhaltet ein Funken der Ohm. Diese Funken, die sind für PvP komplett irrelevant, die gelten nur noch für PvE-Items, weil das jetzt strikt getrennt wurde. Nichtsdestotrotz könnt ihr denn hier, habe ich dann meine Schultern reingezogen, umgewandelt, habe das dann bekommen, angelegt, fertig. Ich habe aber schon Two-Set und Two-Set habe ich, weil ich den Kopf durch das Erreichen einer gewissen Wertung im PvP bekommen habe und dieses Set-Item gibt es durch das Erreichen eines Erfolgs und der besagt, entweder eine Wertung von 1600 in Mythisch Plus oder höher im PvP-Schlachten, dann habt ihr noch die Möglichkeit, Besiegt Königin Ansuret auf dem Schwierigkeitsgrad heroisch oder mythisch oder habt eine Wertung von 2000 Mythisch Plus oder höher, dann bekommt ihr das Mal des obersten Höhenforschers und mit dem Mal des obersten Höhenforschers könnte ich hier runterfliegen in Ascahet und zwar hier unten in der Stadt. Ich zeige euch einmal, wo ich hier bin. Hier ist nämlich der Flugmeister. Hier ist dann so eine kleine Brücke und darunter befinden sich die Händler, wo ihr das Item dann eintauschen könnt. So sieht das Ganze hier aus. Und zwar gibt es hier einmal einen Händler, der verkauft euch die Sachen für PvE. Wichtig hier, aufpassen an dieser Stelle. Nicht, dass ihr das Falsche kauft. Und es gibt nochmal diesen anderen Händler und der verkauft euch die PvP-Tiersets. Steht auch drunter, anlegen erhöht die Gegenstandsstufe in Arenen und Schlachtfeldern auf mindestens 639. Und das ist nämlich das, was ihr für PvP haben wollt. Bitte jetzt nicht lachen. Es ist schon in der Vergangenheit vorgekommen, dass man sich aus Versehen PvE-Item auf einem Charakter gekauft hat. Ich will es nur noch kurz nochmal betonen. Achtet darauf, dass sie zum richtigen Händler geht. Eine Sache, die ich euch nochmal sagen wollte, ist, wenn ihr ein gecraftetes Item habt, könnt ihr es nicht zu einem Setpiece umwandeln. Das funktioniert nur mit den Items, die ihr beim Händler kaufen könnt. Beziehungsweise Kopf, Schulter, Brust, Hose und Handschuhe. So, gehen wir nochmal einmal kurz durch, damit wir nochmal einen groben Überblick haben, was ich jetzt gemacht habe. Also, ich habe 8 Epic-PvP-Items. Was ich dafür getan habe, ich habe 1600 Unrated-PvP gemacht, habe dadurch ein gratis Setpiece erhalten, das ist der Kopf. Habe 1600 Eroberungspunkte gefarmt. Das ist ja das momentane Cap. Dafür könnt ihr euch halt gear craften lassen oder beim Händler kaufen. Bei mir war es halt für 700 Conquest-Punkte die Schultern, für 875 Conquest-Punkte die Brust. Was ich dann gemacht habe, ist, ich habe die PvP-Quest dort drüben gemacht, von dem Brie hier vorne und dazu die World-Quest für die 1350 blutigen Abzeichen. davon habe ich mir gekauft Gürtel und Rücken und alleine schon durchs Rated-PvP diese Quest hier automatisch erhaltet, sobald ihr ein paar Runden gespielt habt oder gewinnt. Ich weiß jetzt nicht, was das aussieht. Bei mir hat es ein Battleground Blitz gedauert, dann hatte ich die Quest. Die könnt ihr abgeben. Kriegt 9 epische Wappenbücher in eure Tasche und davon habe ich mir dann Halskette und die beiden Ringe craften lassen. Wenn ihr in Zukunft Fragen habt, wie irgendwie was funktioniert und was hat das damit auf sich und so weiter, dann scheut euch nicht davor, bei mir im Twitch vorbeizuschauen. Twitch.tv slash 2.6 Dort bin ich regelmäßig live. Schaut auch gerne nochmal unten in die Beschreibung. Dort habe ich diese Liste hier nochmal. Die könnt ihr euch dann da nochmal reinziehen, damit ihr nicht vergesst, so was wollte ich jetzt nochmal machen. Und dort findet ihr auch alle Socials von mir und alle Kanäle, wo ich sonst noch so zu filmen bin. Und das war es jetzt mit dem Guide. Ich hoffe, euch hat das gefallen und wir sehen uns im nächsten Video. Bis bald, euer 2.6. Peace!